Musik Es ist eine lockere Atmosphäre hier, super organisiert. Kinder kann man auch laufen. Es ist wichtig einmal, dass die vielleicht die Fieber spüren von dem ganzen Event hier. Aber natürlich sind die Kinder auch die Zukunft. Und im Skisport brauchen wir Zukunft nicht nur zwischen den Stangen, aber auch als Fans. Musik 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 Vielen Dank.